Hier kommt nämlich jetzt Francisco Barato Junior, Sechster bei den Olympischen Spielen in der Heimat in Rio de Janeiro. Jetzt am Mike, Francisco Barato Junior. Ja, 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 oh, ja, 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 oh, ja, 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 oh, ja, ja, oh, ja, 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 oh, ja, 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 oh, ja, ja, oh, ja, ja, ja. 12.6, 15.00 Uhr, den Vörfli-Dekana. Und der vierte deutsche Verhältnis an den Ringen ist die Klassiker. Vielen Dank.